ja moin leute ihr wisst es fehlt ein ios 6 jailbreak und ich möchte euch heute trotzdem zeigen wie ihr ohne jailbreak euren carrier euren netzanbieter verändern könnt ich zum beispiel mag ihn wenn er gar nicht da ist so wie hier ihr könnt aber auch ganz einfach ein eigenes bild anfügen so ja wie funktioniert das ganze denn also wie gesagt ohne jailbreak ihr seht schon hier das ist mein iphone 5 das sieht man auch daran dass es zum beispiel hier fünf reihen an apps gibt und auch dass ich den lightning adapter habe den nehmen wir jetzt einfach mal hier unten und stecken den ins iphone ein und verbinden das ganze mit unserem mac bisher geht es leider nur mit dem mac aber eine windows version soll auch bald kommen so ihr seht ja noch mal das ist mein iphone 5 so damit ihr das zuerst machen könnt geht ihr als erstes auf die webseite die ich euch unten verlinke und dort gibt es unten einen download link und wenn ihr auf den download link klickt dann sollte das ganze direkt zu euch heruntergeladen werden ja dann gucken wir mal in den download hier finden wir die dmg datei da machen wir einfach einen doppelklick drauf und extrahieren das ganze als ordner dort haben wir jetzt einmal die sapling logos und einmal dieses programm drin die beiden ziehen wir erst mal hier raus damit das ganze auch garantiert fehlerfrei verlaufen kann so jetzt führen wir das programm einfach aus und klicken direkt auf let's get started und jetzt suchen wir nach unserer carrier number die finden wir in den einstellungen also einfach in die einstellungen gehen dort dann unter allgemein und dort unter info finden wir hinter unserem netzanbieter das jetzt hier bei mir vodafone.de merkt euch das finden wir eine zahl und diese zahl jetzt hier bei mir 13.0 die merken wir uns und tippen die ich hier ganz einfach ein dann klicken wir auf next und wählen erstmal aus ob wir iphone oder ipad haben weil man braucht natürlich einen netzanbieter und dann suchen wir hier nach unserem netzanbieter wie gesagt hier bei mir vodafone.de klicken wir drauf kann bei jedem von euch anders sein jetzt suchen wir hier die passenden logos ihr könnt entweder ein eignes nehmen oder eins was hier mitgeliefert ist ich nehme jetzt einfach hier einmal eins von assassin's creed meinetwegen ich bin ja riesiger assassin's creed fan und dann nehmen wir jetzt hier das black in white and black und das etched einfach in das andere ihr könnt auch was anderes nehmen ich habe zum beispiel jetzt am anfang das hide carrier gehabt ja jetzt findet ihr hier zwei dateien auf eurem desktop oder schreibtisch wie es bei mac os 10 heißt und jetzt heißt nur noch itunes aufmachen wir haben unser gerät ja schon mit itunes verbunden und jetzt klicken wir auf die alt taste und klicken dabei auf iphone wieder herstellen und dann gehen wir an die stelle wo die beiden dateien sind und nehmen sie die datei die nicht original erhält also klicken wir einfach drauf auf diese datei und jetzt sollte das ganze eigentlich sichtbar auf unserem iphone sein also hier sehen wir jetzt direkt das logo was wir gerade hier gewählt haben wenn es bei euch nicht sichtbar sein sollte oder nur ganz kurz beim app starten und beenden da sein sollte startet das iphone einfach mal neu also einfach einmal komplett ausschalten und dann ganz einfach wieder anschalten ich finde das ganze ja ziemlich cool sagt mir ob es bei euch funktioniert hat und ob ihr das verwenden wollt ich finde ja so anpassung vom iphone finde ich richtig genial ich mag sie am liebsten wenn es wirklich gar kein logo oben hat das finde ich persönlich am genialsten also sagt mir würdet ihr das machen macht ihr das benutzt ihr das sagt mir in kommentaren folgt mir auf twitter und facebook und wir sehen uns dann im nächsten video wieder also macht's gut ciao